Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Final Fantasy 3. Wir sind gerade im Labyrinth der Alten und finden Phönix-Fädern. Und ich versuche hier gerade eigentlich den Ausgang zu finden, damit wir zum Zirkus kommen, oder wie auch immer dieser Turm heißt. Mein Carpuccino ist jetzt leer, das macht mich ein wenig traurig. Es ist immer noch morgens 8.54 Uhr. Ich nehme jetzt gerade mal ein wenig auf, wie ihr offensichtlich seht. Und ja, ich gehe mal, eigentlich, also mein Plan ist jetzt eigentlich, das Spiel noch durchzuspielen heute. Weil ich mal nicht davon ausgehe, dass noch sehr viel kommt. Sage ich jetzt in meinem Hochmut. Ich weiß es allerdings nicht. Also wir haben auf jeden Fall noch diesen Dungeon, den nächsten Dungeonforst vor uns, das ist auf jeden Fall klar. Dann kommt auch auf jeden Fall noch mindestens ein Bosskampf, das ist auch klar. Da brauchen wir uns gar nicht zu unterhalten drüber, ist logisch. Aber ich weiß nicht, ob danach noch mehr kommt. Ich weiß auch nicht, ob es wie in Final Fantasy 1 und 2 noch irgendwelche Bonus-Dungeons gibt. Oder ob es die hier eben nicht gibt. Dafür ist es halt ein komplettes HD-Remake. Also in Anführungszeichen HD-Remake. War halt für den DS, ne? Aber trotzdem sieht nur Welten um Welten besser aus als das Original. Gibt aber auch mit daran, dass es natürlich 3D ist und so weiter. Blablabla, das Original ist 2D, yatta yatta. Steingar? Puh. Und ja, ich habe auch schon die Wuffel für das nächste Final Fantasy, Final Fantasy 4 logischerweise dann da. Sogar für das Sequel dazu habe ich auch die Wuffel da. Also den Wuffel oder die Wuffel, wie auch immer. Eigentlich sind es ja immer zwei, weil ich habe ja einen für das Thumbnail und einen für das Banner. Ah, auf jeden Fall habe ich aber auch noch was anderes vor. Nämlich, also ich habe noch einiges vor. Ich habe noch so viel vor. Es gibt so viele Spiele, die ich spiele mit Pro-Test-Ring. Warte mal. Gibt doch keine Accessoires. Wie soll ich das anziehen? Ah, das ist... Ah, so. Ja, geil. Bitteschön. MeLike. Geht es hier raus? Hallo? Nee. What the fuck ist das? Äh, hey, let's roll. Heilige Lanze. Das klingt ja auch nice, Einstein. Schade, dass wir keinen Lanzenträger haben. Irgendwie kommen mir die Monster da bekannt vor. Ich weiß nicht, wieso, aber sie kommen mir super bekannt vor. Aber ich kann euch nicht sagen, warum. Ah, da... Ah! Ah! Hör auf! Keine Ahnung, woher ich die kenne. Bam, bam. Reginom! Okay. Und jetzt darfst du erstmal zwei Potions chuggen. Wir haben so viel Geld jetzt, ne? Wir haben so viel Geld und wir können das nicht ausgeben, weil das Luftschiff auf der anderen Seite des Dungeons steht. Hier ist eine Truhe. An die wir nicht drankamen. Dann müssen wir das halt gleich machen. Ist ja nicht so schlimm. Geht ja schnell. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, dass der vierte Teil, der, glaube ich, auch ein DS-Remake ist. Wenn ich mich nicht täusche. Huch. Ähm, der war's beschworen. Ich hoffe, da kann man auch so schön speeden wie hier, weil das ist so geil. Das ist so geil. Ich meine, schaut euch an. Wir haben es jetzt schon lange genug im Spiel gesehen, aber ich kann nicht aufhören, mich darüber zu freuen. Das ist ein so geiles Feature. Es spart so viel Zeit. Oh, ein Traum. Und das Beste daran ist ja, ähm, der Vorteil zum Emulator zum Beispiel wäre ja, man kann speeden, ohne dass der Sound ausspeedelt. Das heißt, wenn wir das über Emulator spielen würden, zum Beispiel da, als ich Final Fantasy 2 gespielt habe, habe ich da auch manchmal gespeedelt. Ich weiß nicht, weil ich auf die Taste gekommen bin. Höllenkrallen. Ja, meh. Ähm. Ich glaube, da ist nichts. Auf jeden Fall haben wir da ja auch immer, ne? Jetzt sag doch mal, was willst du dir sagen, Jago? Auf jeden Fall, der Sound hat dann halt auch gespeedelt und das klang nicht schön und das hat mir nicht gefallen. Und hier passiert das nicht. Das ist geil. So. Jetzt habe ich das, was ich sagen wollte, gesagt. Und jetzt können wir da rein. Ich würde zwar gerne rasten, aber das wird wohl nichts. Und meinen Luftschiff kann ich auch nicht rufen. Also, auf in den Zirkus. Ich will gar nichts sagen bei der Musik, die ist so schön. Ah, in den Random-Counter kann ich quatschen. Der Djinn! Acer. Gibt es nicht einen Ozu-Spieler, der so heißt? Ich glaube, auch mit Z. Ich dachte, ich dachte, es gibt da einen. Ich glaube, ein Volk von mir hat mal da was erzählt. Ha. Hallo, da. Aber das ist doch, das ist exact das gleiche Modell wie der Djinn. Ich habe das sogar als Bandleid draus gemacht. Das muss ja so sein. Ui. Flammen. Oh. Äh. Achso, das wird total schon aufgebraucht. Oh, shit. Jo. Dann mach mal Ignis. Du machst Opferung, du machst Beschuss und du machst mal Vigra. Und zwar hoffentlich ein bisschen fronto. Bring den um. Nein, der hat keine Pfeile mehr. Nein. Nein. Ich kann dich noch beenden drücken, weil das nicht nur den Kampf beendet, sondern es beendet das gesamte Spiel. Also du kommst nicht ins Hauptmenü, sondern du... Ähm. Du beendest das gesamte Spiel. Ja, der hat das Spiel auch komplett beendet. Yikes. Okay. Äh. Ups. Planänderung. Wir lassen uns nicht auf die Schnauze hauen. Im Gegenteil. Wir hauen jetzt auf die Schnauze. Wir gehen da jetzt rein. Und geben dem richtig die Packung. So, jetzt haben wir die Musik schon mal gehört. Jetzt gehe ich rechts lang. So, was habt ihr jetzt davon? Hier ist nix. Shit. Ich glaube, auf der Treppe kann kein Random Encounter kommen. Oh nein, da ist er wieder. Nein, 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 nein. So, du machst jetzt Ignis. Du machst Opferung, Beschuss. Und du machst... ...schonmal Vitra. Hoffentlich machst du erst Vitra, wenn der uns schon geschlagen hat. Möglichst lasst ihr euch nicht umbringen. Hervorragend. Jetzt lohnt sich Vitra wenigstens. Wahrscheinlich macht Yvri jetzt gleich auch noch den Heilungszauber. Nein, tatsächlich nicht, Gott sei Dank. Das wäre ja auch nervig gewesen. 2900. So, sie müsste jetzt gleich keine Pfeile mehr haben. Ja, deswegen muss ich sie gleich wechseln. Vitra. So, jetzt geht's allen jetzt sofort. Au. Außerdem da hinten. Macht das Prozentualschaden? Ah. Ich glaube, die Flammen machen Prozentualschaden. Naja. So. Dann mach mal Full Gulen. Opferung. Du wechselst deine Pfeile, weil du nur noch zwei Stück hast. Dafür, du hast noch mehr Medusa-Pfeile. Nein. Ähm. Du nutzt noch Giftpfeilung. Da, 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 da. Da. Ja, mach mal Vitra. dann macht es bitte erst, wenn er uns geschlagen hat. Wenn dir das irgendwie möglich ist. Ah, ist tot. Wow, jeder einzelne Kampf hier drin ist so, weil dann... Wunderbar... Wunderbar hart dann. Das wird dann aber hart. Und er ist nicht mal in der Stufe aufgestiegen. So, ich will aber erst gucken, was hier außen ist, weil in die Mitte müssen wir ja offensichtlich. Das war doch... War das nicht auch ein Monster? War das nicht... Dogas-Klon. Ah? Wie darf ich das verstehen? Darf ich da jetzt was reininterpretieren? Oder ist es jetzt einfach nur Faulheit der Entwickler? Weil das kann... Da kann man jetzt ziemlich viel reininterpretieren. Was ist denn, wenn die Alten zum Beispiel ein ähm... hochtechnologisiertes Volk waren? Deswegen auch dieses ganze Kristallzeug hier. Und die durch irgendwas zu Fall gekommen sind. Zum Beispiel durch die... Durch Sande, der ja die Dunkelheit heraufbeschworen hat, um die Welt neu zu formen. Vielleicht interpretiere ich da ein bisschen viel rein. Aber ich glaube... Wir lassen uns mal überraschen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich sehe auch manchmal Story, wo keine Story ist. Das habe ich von Dark Souls. Weil wenn du bei Dark Souls nicht alles komplett zusammen äh... philosophierst und interpretierst, dann... Ist das eine Tür? Ich glaube, das ist eine Wand. Dann... äh... kommst du nicht voran. Hey, die kennen wir doch auch. Gremory. 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 Ich glaube, dass ich die vergiften kann. 3700 Schaden. Geister-Smarter. Ein Geister-Marder. Vorbei. Schade. Yeah. 630. 420. Äh... Vitra auf alle und... Weiter geht's. Nein! Wieso passiert das immer? Wieso geht die denn immer auf den ähnlichen Hauptcharakter, der denn nichts aushält? Ah! Läuft gleich mit Ark rum. Das Problem ist, ich kann auch mittlerweile im Kampf nicht mehr wiederbeleben, weil dann sterben wir wahrscheinlich. Oder er stirbt einfach wieder. Das wäre ja auch scheiße. Äh... Opferung. Beschuss. Mach mal Engel. Vielleicht kommst du ja schnell genug dran. Ich glaube aber nicht. Nein. Okay. Auch nicht so schlimm. Kriegt die Lunde halt keine XP. 4200 XP. Wow. Du hast ihn gerade mal für ein Level abgereicht. So, wie viel Engel haben wir noch? Noch genug. Ähm... Wir müssen mal weiter. High Potions. Oder wir benutzen High Potions. Äh... Der Rest ist okay. Ich hoffe, wir finden mal noch irgendwo eine Möglichkeit, uns zu heilen dann. Chocobo Zorn. Okay. Jetzt werde ich natürlich nochmal auf die andere Seite, bevor ich in die Mitte gehe. Wo ich ja schon beinahe einen Aufzug erwarte. Weiß nicht... Ah! Shit! Jetzt castet der Engel. Dammit. Das wollte ich verhindern, aber ich war zu langsam. Jetzt habe ich es nur hierfür ausgemacht. Eieieieiei. Profi-Spieler. Sondersgleichen. Geister-Marder. Ja, komm. Reden wir nicht drüber. Nein! Ich habe so... Oh, mein Gott! Ich möchte nichts hören, ja? Ich möchte gar nichts von euch hören. Springen wir rum, schnell! Ah, scheiße. So, Autokampf aus. Saugen. Ja, ja. Lüpfchen mich leer. Weißt du nicht genau, warum eine Medusa sowas kann, aber... Oh, mein Gott! Ich brauche wirklich gleich, Engel. So, du machst mal bitte wieder Ignis. Du machst Opferung, Beschuss. Und du machst mal Vitra. So. Aber jetzt ist der Kampf ja eh vorbei, oder? Ich hasse das nicht. Ich glaube das alles nicht mehr. Oh, mein Gott. Oh, Lunef. Lunef, mach mich nicht schwach. Jetzt mal ohne Scheiß. Was ist dein Problem? Mein Problem ist, dass ich tot bin. Gut, dass ich noch sechsmal Engel casten kann. Mann, 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 Mann. Oh, so viele Random Encounter. Und auch noch ein Hinterhalt. Oh, mein Gott, überlebe ich das? Au. Opferung, Beschuss, verteidigen. Wir sind Verteidiger. Das ist Copyrights. Oh, oh. Was? Belebt das auch wieder? Nein. Ist das nervig hier drin. Flüchten. Los, raus hier. Raus. Danke. Also, jetzt mal ohne Flachs. Hier ist es ja gar nicht so einfach. Sag ich, ich muss wirklich noch mal Grinden gehen dafür. Hi, 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 hi. Hier geht es ja richtig ab. Ist hier noch eine Truhe? Ja. Lilith-Kuss. Meh. Schnell, rein da. Bevor noch ein Random Encounter kommt. Huh. Okay. Oh, oh. Hey, es passiert etwas. Tyrus Verschwindikus. Oh. Das ist der Weg hinein. Der Schlüssel, den Dugger uns gab, hat funktioniert. Auf geht's. Auf geht's. Das verbotene Land. Eureka. Oder Eureka. Oder Heureka. Wow. Oh, die Musik ist geil. Ah. Links oder rechts. Leute, schreibt mir die Kommentare. Links oder rechts. Ich mach jetzt hier einen Cut. Nein, Quatsch. Ich gehe jetzt mal. Äh, hier sind Kisten. Weißmooschus. Saktus also wahrscheinlich. Elixiere. Sehr gut. Sehr gut. Ja, schön. Schön. Was sagt mir? Ich muss jetzt... Sagt mir der Ultimate. Was sage ich? Ich muss keinen nervigen Dungeon noch machen, bevor ich zum letzten Boss darf? Das glaube ich nicht. Ne. Das glaube ich erst, wenn ich's sehe. Ah, schade, dass hier jetzt die Musik vom normalen Kampf spielt. Ich fände es cooler, wenn hier jetzt auch einfach die, ähm, die Musik spielen würde, die eine Halt gerade da in dem Dungeon spielt hat. Die übrigens ist ziemlich geil, das. Das macht Gary immer. Hier Gary Oak von Pokémon, im Pokémon Puzzle League. Wenn du gegen den spielst, in diesem Puzzle League, Tetros-Klon, dann schreibt der immer, Hahaha, versuch's weiter! Richtiger Edge-Lord, der Kleine. So, ich gehe nochmal hier rüber, weil er nämlich wahrscheinlich genau symmetrisch aufgebaut, hier ist wieder... Loot, ein Elixier, oder? Ein Fuma-Anzüge. Das klingt so, als könnte ich's nicht benutzen, weil es wahrscheinlich wohl was ist, was boxt. Oh, die Musik ist so geil, wow! Jetzt sind wir ohne Flax, die ist super. Und die Alten hatten's wohl ein bisschen mit, äh, Symmetrie. Weil hier ist ja wirklich alles symmetrisch, wirklich ausnahmslos. Was nicht schlecht ist, weil Symmetrie ist gut. Symmetrie ist super. Aber es ist ein bisschen salzsam. Ein bisschen salzsam für... Eine Höhle vor allem. Aber egal. Schön sieht's auf jeden Fall aus. Da unten ist das Universum, auch schön. Ernsthaft? Einen Schritt vor dem nächsten Raum? Pferde! Oh nein! Wieso werden wir denn von ganz... Das sind ja wirklich einfach ganz normale Pferde, ne? Ah! Das Höllenfeuer ist ja eigentlich auch eh, ne, ne? Nö, ist es nicht. Offensichtlich. Bringt ihr die Bitte um? Sodass nicht alle sterben von uns. Gut. Dann kann ich jetzt noch High-Potions schmeißen. Ah, High-Potions. Wir gehen uns langsam auch mal in Richtung Ende gehen im Stil. Wir haben auch so wenig HP immer noch, ne? Es ist nicht so übertrieben viel wie in den anderen Games. Was ist so, als würde jetzt gleich noch was passieren? Wofür auch die Spielzeit und das Level sprechen würde. Also... Und mit Mitte 40 kann man so ein Spiel auch schon gut durchspielen. Und das... Ha. Naja. Sehen wir dann. Sehen wir dann. Also ich werde es auf jeden Fall heute sehen. Ihr werdet es dann die nächsten Tage sehen. Ich hoffe, ich werde es heute sehen. Ich bin gespannt. Kann ja auch sein, dass da noch ganz viel kommt. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht wird die Welt ja auch noch einmal in völlige Dunkelheit gehüllt. Wobei, die Welt war ja in völlige Dunkelheit gehüllt, bevor wir hierher gekommen sind. Was übrigens... Ziemlich gruselig ist, wenn man darüber nachdenkt. Da gibt es auch einen schönen Roman. Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wie der heißt. Ich habe den selber nicht gelesen. Meine Freundin hat den gelesen. Da geht es darum, dass die Welt... ...keine Sonnenlicht mehr hat. Einfach null. Die Sonne gibt es nicht mehr. Die ist gone. Es herrscht ewige Nacht. So, jetzt nicht nur, dass da... Ha! Jetzt nicht nur, dass da... ...sowieso Monster rumlaufen, weil das eine mittelalterliche Fantasywelt ist. Aber... ...sonnenlicht ist halt erstmal essentiell für Menschen, weil die brauchen Sonnenlicht. Sonst... ...hardcore Depression, etc. Vitamin D und so. Aber Pflanzen wachsen auch nicht. Wenn keine Pflanzen wachsen... ...gibt es mehrere Probleme. A. Wir haben keinen Sauerstoff. Das ist schlecht. B. Die Menschen können keine Nahrung anbauen. Auch schlecht. Ja. Und irgendwie wollen die das, glaube ich, versuchen zu lösen. Oder herausfinden, warum überhaupt keine Sonne mehr da ist. Aber, wie gesagt, ich habe es nicht gelesen. Sollte ich eigentlich mal tun. Liegt sogar auf meinem Nachttisch. Aber... Zeit. Weil wenn ich ins Bett gehe, dann bin ich meistens so müde, dass ich einfach wegschlafe. Sofort. Ohne zu zögern. Oder es läuft mir noch ein Let's Play von irgendwem. Von Gerogon zum Beispiel. Ähm. Und dann... Dann penne ich einfach weg. Bei dem seiner angenehmen, tiefen, bassigen Stimme... Erzählerstimme möchte ich schon fast behaupten. Da schlafe ich halt einfach ein. Was soll ich machen? Ist nichts gegen ihn. Aber es ist halt... ...super entspannend. Heilendes Licht. Ich bin Ifrit, Dämon der Hölle. Ich heile euch. Ähm. Ja, du machst mal... Mach mal bei euch schon ein bisschen Glacians. Opferung, Beschuss, Berteidigen. Sö. Mal wieder neu eingestellt, sodass es auch alles passt. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Sieht sehr gut aus. Bababa. 4000 XP. Berufsstufe von Refi ist gestiegen. Irgendwann ist inges gestiegen. Haben wir Schaden? Nee, ne? Nein. Äh. Hier links. Oh, die Musik. Die ist so geil. Ah. Ein Secret. Shuriken. Ja, das... ...wird wahrscheinlich der Ninja gebrauchen. Die wird wahrscheinlich der Ninja gebrauchen. So, wo sind wir daheim? Ist hier was? Hallo? Nö. Das Schöne am Kampf ist... ...ich kann wirklich einfach... ...hähm. Hier durchlaufen. Alles niederprügeln. Und währenddessen kann ich sogar was trinken. Ist das nicht geil? Ist das hervorragend? Leute, denkt dran, viel trinken. Ihr müsst viel trinken. Das ist Sommer. Leute trinken generell zu wenig. Davon wird man dumm. Ja? Also immer viel trinken. Nein, ich meine nicht Alkohol, sondern... ...ich rede von tatsächlich einfach Flüssigkeit, die ihr zu euch nehmt, um... ...nicht zu sterben. Auch ein guter Faktor, um was zu trinken. Ähm. Ist der Fakt, dass man dann nicht stirbt. Super, ne? Habt ihr noch nicht gewusst, oder? Bang, 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 bang. Ah! Mesmerisieren! Friere die ein. Mach irgendwas mit denen. Ah! Blindheit! Nein, nicht auf den einzigen, der treffen muss. Ah, es trifft trotzdem. Okay. Gut, sie muss ja auftreffen, aber... Naja. Da, 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 da. Bedürfstufe von Lulev gestiegen und von Ingis auch. Äh. Augentropfen. Hab ich am Anfang ganz viele gekauft, hab ich fast keine gebraucht. Was okay ist für mich. Wobei, wäre schon cool gewesen, wenn es ein paar mehr Starves-Effekte gegeben hätte, aber egal. Ist egal. Noch ein Schuh... Ein Schuhkirchen? Achso, ist das wie Munition? Sind die wie Munition? Aber dann wäre es natürlich was gewesen für Revian. Na ja. Aber mit dem Bogen finde ich es eigentlich ganz cool. Ah, jetzt hat sie keine Pfeile mehr. Gift. Oh, yeah. Ich hätte ja gerne mehr Starves-Effekte. Eisblick. Kliff. So. Du darfst machen, was du willst. Du darfst machen, was du willst. Du darfst mal deine Pfeile wechseln. Ähm. Schlafpfeile. Du darfst Leute beschießen. Und du machst Verteidigung. Peppepeng. Schlaf, Pony. Schlaf. Ich packe dich auf ein Schaf. Au. Sofort gestoßen. Sofort verletzt. Äh. Antidot. Auf Bludev. HP sind gut. Hier gibt's Phönix-Federn. Oh, Gott sei Dank, ey. Ich find's krass, dass man die hier nicht kaufen kann. Das find ich ein sehr interessantes... Ähm. Eine sehr interessante Designentscheidung, weil in jedem anderen Final Fantasy kann man's ja. Das sieht aus wie ein wichtiges Artefakt. Was seid ihr denn? Cyber-Dämonen? Nju. Kann ich die einschläfern? Kriegen die überhaupt Status-Veränderungen, wenn ich den Beschuss benutze? Wahrscheinlich nicht. Oh, Baby. Bring einen um. Dann weiß ich, dass sie sterben. Ja. Okay. Gut. Refia. Danke. Refia ist so schnell. Das ist so nice. Und jetzt kann ich schön wieder im Menü heilen. Ihr kennt die Routine ja mittlerweile. Äh. High Potion. Gut. Aber was ist das jetzt? Das sieht aus wie ein Chakra. Oder Chakra? Die Vollmondklinge. Die Macht der Dunkelheit. Lasst uns sehen, wie ihr euch schlagen werdet. Oh oh. Oh nein. Äh. Wie heißt du? Amon. Okay. Ignis. Opferung. Hä. Moment. Bischofs. Aber nicht mit den langweiligen Schlafpfeilen, sondern mit denen. Äh. Und du kannst eigentlich jetzt schon mal gleich anfangen. Guck mal, Carsten mal hast. Mach mal hast auf, äh. Äh. Arg. Rethias. Normalerweise eh schnell genug. Oh mein Gott. Mach bitte heilendes Licht. Na toll. Jetzt wo ich einmal das Höllenfeuer brauche. Äh. Das heilende Licht brauche. 1.700 nur. Das ist ja nicht so geil. Und er kriegt 1.300 Schaden. Oh boy. Da wirklich der Schaden. Yeah. Äh. Du machst dein Zeug. Du machst dein Zeug. Du machst dein Zeug. Du machst aber was anderes. Du machst, äh. Ja, Vitra. Ja, auch alle. In der Hoffnung, dass das heilende Licht trotzdem durchkommt. Aber. Barrierenwechsel. Kriegt er jetzt nur noch Magieschaden? Oh, heilendes Licht. Ich schätze, das ist es. Erkommt jetzt wahrscheinlich nur noch Magieschaden, oder? Die Vitra war jetzt fast schon verschwendet. Aber auch nur fast so. Mach mal Fulgur. Opferung. Beschuss. Und du machst. Ich spamm aber einfach. Na, Vitra. Äh. Äh. Ich hab keine andere Wahl. Nunfalls muss ich halt mal ein Elixier auf. Unseren White Mage verwenden. Damit er wieder MP bekommt. Falls das MP auffüllt. Ich hoffe, es füllt MP wieder auf. Ich weiß es nicht. Erstmal gucken, dass wir jetzt hier den Kampf überleben. Irgendwie überstehen. Ähm. Jetzt hab ich gar nicht aufgepasst, wie viel das geheilt hat. Opferung. Beschuss. Äh. Ja, mach einfach Vitra weiter. Kann ja nicht falsch sein. Eisgar. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Puh, schweigert. Nein, ich brauch dein heilendes Licht. Eifrit. Hach. Ähm. Ja, mach mal ein Vigra. Ich trau dem Frieden nicht. Und wenn jetzt ein bisschen Bad RNG kommt, Barrieren wechselt, dann... Dann sterben wir. Aber jetzt kommt wahrscheinlich heilendes Licht von Irfrid. Achtung, aufgepasst. Höllenfeuer, Gott sei Dank. Okay. Das war guter Schaden. So, du verteidigst. Ich hab Zeit. Gar nicht aufgepasst, ob wir noch Irfrid zur Verfügung haben. Aber ich glaube, wir haben noch einen Cast. Einmal dürfen wir noch. Heilendes Licht. Ist mir recht. Irfrid ist einfach geil. Ich liebe Irfrid. Da steht es aber nicht mehr um der Nilzauberhard, aber von mir aus. Kautorisieren wahrscheinlich. So hätte ich es übrigens genannt. Ähm... Ist schon kautorisieren wie Wunde ausbrennen, ne? Mhm, 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 mhm. Du verteidigst nochmal. Und der stört ja jetzt eh, ne? Sag ich doch. Alles kein Problem. Und was wir für diesen Kampf verhalten, das sehen wir erst in der nächsten Folge, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt auf den oberen Link. Dort gibt es die gesamte Playlist zu Final Fantasy 3. Wenn ihr lieber was anderes von meinem Kanal gucken wollt, klickt auf den unteren Link. Dort gibt es eine Empfehlung des Hauses. Mein Name ist JairoXLatantPrimer. Vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, euren Wurfen zu füttern. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao. Ciao.